wird schon gefragt um ich weiß ich lehre wieder ein bisschen wäre es Zeit gerade an euch hin, aber natürlich nun wechseln das warum... was denn daten? ich schulde dir was irgendwas Sprengmine oder so irgendwas glaub ich mein du kommst hier nicht raus das ist doch assi warum oh man irgendwie ist das jetzt gerade doof ich komm nicht rein es kommen noch es kommen noch Vanus ja, Vanus will ich den kill? nein vielleicht ein assist weil ich ihn getroffen habe einmal hihihi ich weiß es nicht 108er ms minisekunden ping fuck me hihihi man der hat echt einen guten ping ich weiß gar nicht was ich finde ping aber ich glaube besser ich brauche aber ich glaube bei 168 ist es auch keine kunst mehr eine bessere ping zu haben da geht auch nichts mehr durch ja da da hocken sie ms jetzt durch das schild dann brauchst du jetzt ein anti-diffus schild um durch das schild durch zu kommen da ist er noch ja ab in in die reihe natürlich deswegen kommen wir in den scheiß laden nicht rein wenn die inelite herum rennt das ist ja wirklich ich will nicht sagen ich mag sie nicht aber sie sind ein extrem und angenehmer starker gegner dass sie ein unangenehm starker gegner sind was so die kampfmoral angibt ja und ich habe keinen von ihnen erwischt als sneaky sneaky von hinten nix sneaky Mann, 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 das war so... Das wäre so geil gewesen, die zwei wegzusnacken Ich weiß, er will einen langen Post Ich glaube, die haben wir uns überrannt, ne? Definitiv Ja, Sandy ist weg und ich guck mal, ob ich da nochmal reinkomme Über den Jump Pad, also über den Beamer Verlieren wir gerade... Ne, die Schaltung verlieren wir nicht Ich habe gedacht, er ist jetzt gelingt So, ich bin mal außen Aber ich glaube, das war es auf der Ende der Fahnenstange gerade so Warum? Ja, ein Kill Ich brauche einen Sani Jetzt nur ein Kill, mach Du hast Dutch Republic Kill Ja, nein Auch wieder nicht So Jetzt bin ich mal hier oben Ich bin dabei 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 Nein Nein Ich habe nicht gesehen Also da ist auch dicht Oh, da geht es ein bisschen im freien Kampf weiter Guck mal, ob wir da was reißen können Was haben wir, KD? 0,66667 Ich glaube, ich habe sogar alle Zahlen geschaffen Oh, Max Panzer Oh, ich will den Panzer Ich will den Panzer Panzer, komm her Schnuckiputz Wehe, der nimmt jetzt nicht den Panzer vor Ich habe schon lange kein... Ich habe noch nie einen Panzerkill aufgezeichnet Oh, oh Das zählt jetzt nicht Juhu, drei Punkte Ah, ja genau Das Ding, was ich da eben eingesetzt habe Mir ist das eingefallen Das Ding, was ich eben eingesetzt habe Den Booster Den habe ich letztes Mal gewonnen Bei der, äh, letzte Woche Ich habe ein bisschen gespielt Also Drei, vier Stunden Drei Drei Stunden Ohne aufzunehmen Dieses Mal Weil ich mal ein bisschen So, ob mal wieder Zocken wollte Der ist nix von mir tot Wo kam der andere Schuss her Ich habe mir doch einer von der Seite Angepiekst Ja, schon wieder Oh, das wird... Oh, nö Stirb Ja Messerkill Juhu Aber auch nur, weil ich Mehr Lack als Verstand hatte Was will jetzt die... Äh, Moskito Es gibt hier nichts immer sonst Verkauf mein Leben teuer und teurer Da oben ist noch einer Ist der noch da? Ich glaube Ja Aber ich glaube, ich bin zu weit weg Ich kann mich an den Rand schleichen Ja, natürlich Aufs überso offene Feld anschleichen Das war jetzt wieder ein Nonsens Oh, oh Aber ich bin fast an ihm dran Ey, hört auf ihn zu schießen Ich bin jetzt hier rüber gerannt Ich will ihn jetzt nicht umsonst hier sein Da ist er Ich habe ihn gesehen Bleib doch stehen, Mann Ja Kopfschuss Und noch, äh Verdienstabzeichen Nochmal 1000 XP mehr Natürlich, jetzt kommt Jetzt, wo ich hier weg bin Kommt der Panzer von der Seite Aber er kann gern kommen Den krieg ich auch mit C4-Kriegen geknackt Oh, oh Er ist mit C4-Kriegen geknackt Oh, ein Schuss Bist du mich verarschen? Wo ist denn eigentlich mein Team? Truppeinsatz Kann ich da was machen? Super Jetzt bin ich genauso weit wie vorher Hat er schon wieder in der Max? Leichte Angriffseinheit des Gegners im Einsatzgebiet Und eine leichte Angriffeinheit Wo ist er? Krieg ich Oben drauf Wie weißt, weg Mann, wo die Die schieß und schieß und schieß und die Schießen einmal und machen mich putt Mann Mann, 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 Mann Mann, 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 Mann Ich wurde aus dem Trupp geworfen